Dieser zum Kauf angebotene gut gepflegter Vierzimmer Bungalow befindet sich im Kreis Heinsberg. Das Haus ist stufenlos zugänglich. Das im Jahr 1973 erbaute Gebäude wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 568 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern. Das Objekt hat einen Kaufpreis von ca. 199.900 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.